Im Jahre 2009 stellte eine staatliche Kommission Irlands fest, dass über Jahrzehnte tausende Kinder in katholischen Einrichtungen missbraucht, misshandelt und vergewaltigt worden sind. In den vergangenen neun Jahren haben nahezu 15.000 Personen Entschädigungen wegen sexuellen Missbrauchs durch katholische Geistliche beantragt. Der Schock über die Verbrechen und die Vertuschung dieser Verbrechen war in Irlands Geschichte beispiellos. Lange waren irisches Nationalbewusstsein und Katholizismus untrennbar miteinander verbunden. Schulen und Universitäten und Krankenhäuser standen unter der Kontrolle der Kirche und der irische Staat gehorchte ihr, wenn es um die Empfängsverhütung ging, um den Schwangerschaftsabbruch, Scheidungen und um die Trennung unehelicher Kinder von ihren Müttern, sogenannten gefallenen Frauen. In einem Städtchen im westlichen County Galway, wo die Schriftstellerin Lisa McInerney geboren ist, fand man 2014 unter einem aufgelassenen Heim für die Kinder jener gefallenen Frauen ein Massengrab. Die darin verscharrten Kinder wurden vermutlich vernachlässigt oder ausgehungert. Auf einem ummauerten, ungenutzten Gelände dort, wo das Heim einst stand, soll eine schlichte Plakette mit der Aufschrift »In loving memory for these buried here rest in peace« an die Opfer erinnern. Heute geht die Polizei davon aus, dass über 6000 Babys und Kinder in neun katholischen Heimen in Irland ums Leben gekommen sind. Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Irland im August 2018 die Missbrauchsopfer der Maria Mutter Gottes anvertraut. Und es ist kein Zufall, dass Maria Mutter Gottes ultimatives Abbild und Patronin der alleinerziehenden Mütter ist. Lisa McInerney ist soeben auf Deutsch publiziert im Roman »The Glorious Heresies«. ist die glorreichen Kitzereien einer monarchisch-boshaften, respektlosen, komischen, hellleuchtenden, diamanten Irrsinn von einem Buch. Darin ist die heimliche Hauptfigur Maureen Philen eine jener erwähnten gefallenen Frauen, die in sogenannten Magdalenen-Großwäschereien unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiteten im Bursitz zu tun, nachdem man ihren Sohn Jimmy weggenommen hat. In Maureens Fall gegen ihren heftigsten Protest. Sie floh deshalb nach London, wo ihr Sohn Jimmy sie erzehntelig später fand und wieder gegen ihren Willen zurück nach Irland in südliche Kork verschleppte. The Arse End of Nowhere, wie Maureen es nennt, also als Arschende von nirgendwo. Sohn Jimmy, Gangsterbos der Stadt, bringt Mama Maureen in einem seiner aufgelassenen Bordelle hier unter, wo Maureen einen drogensüchtigen Einbrecher mit einem heiligen Stein mit der Jungfrau Maria vorne drauf erschlägt. Die Leiche muss verschwinden und schon ist das Streichholz an die Zündschnur gelegt, die den Roman zum Brennen bringt. Mit einem Plot, der für drei Romane ausreichen würde und all den liebenswerten, versoffenen, verrückten Figuren wie dem Schwanenjunkie Georgie und dem ratlosen Drogendealer Ryan Cusack. Und wieder und wieder und wieder Maureen fielen, um die sich der ganze Roman wie um einen festen Mittelpunkt dreht. Maureen hat noch eine Rechnung offen mit dem grausamen Rabenpack, wie sie den Klerus getauft hat, fordert Rechenschaft, bekommt sie nicht und fängt an, Kirchen in Brand zu stecken. Bald muss Drogenboss Jimmy seine Mutter mehr fürchten als seine eigene Konkurrenz. Ebenso beispiellos wie die Missbrauchsfälle und das Massengraben im County Galway ist in Irland offenbar der Verlust des Vertrauens und der Verlust des Einflusses der katholischen Kirche. Um den Katholizismus an und für sich aber geht es Lisa McKinoni nicht. Wer ein Ideal schändet, beweist nicht, das Ideal sei verkehrt. Es bleibt gerade dadurch unangetastet. Lisa McKinonis Roman ist nicht gegen die katholische Kirche gerichtet, ist nicht antiklerikal, ist nicht gegen den Glauben und mit aller Bestimmtheit auch nicht gegen Papst Franziskus. Was wir in ihrem Roman nachlesen können, ist der Verschleiß der Glaubwürdigkeit eines sich katholisch nennenden Klerus. So müsste Maureen laut McKinonis Roman auch gar keine Kirchen und kirchlichen Einrichtungen mehr anzünden. Damit haben, wie Papst Franziskus bereits selber zu verstehen gab, Kleriker mit ihren Gräueltaten selbst schon bewahrt. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr das Video mögt, dann bitte ich euch, Literatur ist alles, zu abonnieren und weiter zu empfehlen. Kommentare und Meinungen eurerseits sind immer herzlich willkommen. Lest auch ruhig meine Bücher im Karl-Hanser-Verlag, das Buch der Bücher für die Insel und eine Weltgeschichte in 33 Romanen. Weitere Videos von mir stehen nebenan, warten auf euch und kommen sofort. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Vielen Dank.